So, willkommen bei einem weiteren Run von... Äh, halt. So, The Binding of Isaac. Hallo? Start? Danke. Kann ich? Ja, jetzt geht's. Okay. Ähm, letztens mit Eve. Und zwar so zum Kotzen mit diesem verdammt beschissenen Bug. Keine Ahnung, aber es scheint wirklich viele Bugs in dem Spiel wieder zu geben, die man mal fixen sollte. Gerade keine Musik in Sheol oder das mit dem Teufel jetzt. Das war ja wirklich zum Kotzen. Das Relikt. Oh ja, das Relikt. Schönes Item. Ähm. Spawnt mir, glaube ich, alle drei oder vier Räume ein blaues Herz. Und erhöht die Chance auf die Liebe. Oh, einen kleinen Puffer erarbeitet. Darum liebe ich diese blauen Steine. Ach genau, oh, da haben wir schon eins. Ach genau, das Schöne an Samson ist, ähm, pro Gegner, den man tötet, in einem Raum wird er einfach stärker. Ich glaube, das stelle ich mir richtig genial vor bei The Duke of Lies. Stelle ich mir aber scheiße vor bei... Monstro zum Beispiel. Oder... Ja, andere Gegner, bei denen man nur gegen einen kämpfen muss. Stopp. Komm her. Gut. Auf zum Boss. Wir haben... Ach nee. Femmen. Der Spawn-Gott-Gegner. Okay, gut. Dann töte ich erstmal die gespawnten Gegner. Ah. Das mache ich mir zum Nutzen. Nein, hätte ich auch treffen können, oder? Femmen, komm, dort. Einen tot. Ach, Schatz. Na gut, dann hauen wir einfach raus. Das war knapp. Das war knapp. Das war relativ knapp. Ich und mein relativ, ich weiß, ich bin schon aufgefallen. Als ich meine eigenen Videos gemacht habe. Ich verwende auf ein paar andere Worte, die ziemlich, oder... Jo, jo. Ah. Nein. Oh, das war knapp. Bitte schießen, bisschen schneller. Oh, fick dich. Wifi, man. Cube of Meat. Und ich möchte... Doch, ich möchte hier mal sprengen. Muss sein, dass er da ist. Ich wollte sagen, der muss da sein, aber das gibt's einfach nicht. Habe ich so'n Pech? Blaues Herz. Och, ich hab' keinen Schlüssel. Book of Revelations würde mir noch zugute kommen. Komm, lauf oben lang. Alle oben lang. Alle schön langsam oben lang. Genau. Komm zu, Daddy. Komm zu, Daddy. Meine Bombe. Die werfen doch eine Trollbombe, oder? Dann, äh... Lock' ich die mal. Und dann geht die mal hoch. Komm, geh mal hoch. Hoch mit dir. Genau. Genau, da bleiben. Und wie kriegt die da jetzt tot? Gar nicht. Jawoll. Haha, perfekt. Money, money, money. Da möchte ich nicht rein. In den beschissenen Raum. Der gefällt mir wirklich nicht. Den Ding. Ein Schlüssel für den Itemraum. Das hab' ich noch nie gesehen. They grow inside. Ähm. What? Das ist ja das Alien-Baby, oder wie? Stopp! Lust. Du hast keine Lust auf mich. Nein, nein. Jetzt nicht. Okay. Eine Pille. Und ich sterb wahrscheinlich. Danke. Toll. Oh, es hätte so ein geiler Raum sein können. Aber nö. Nö, nö. Nicht für dich. Nein, nein. So. Äh. Da war noch eine Kiste, glaub' ich. Ich glaub' das hat Schaden, oder macht mehr Schaden. Ist mal auf einer? Mehr Schaden. Ah. Gar nicht nur. Die Kiste ist. Ich hab' die Kiste. Ich hab' die Kiste. Ich hab' die Kiste. Ich hab' die Kiste. Es war' mit washing- mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Spawn, dann verfliegen. Oh, der Schaden. Oh ja. Man sieht's. Man sieht's wirklich. Wow. Wow. Das war fies von dem. Mehr Fliegen töten. Und... Oh, wow. Der Schaden gefällt mir richtig gut. So sollte mein Schaden immer sein. Goodbye, my love. Eins, zwei. Stopp. HP ab und... Mal gucken. Brimstone vielleicht? Technology. Nehme ich ganz sicher mit. Und tiefer... Hm, nee, lass ich. Bleiben. Okay. Na, toll. Ich glaub, Technology ist schon ein cooles Item. Hoffentlich ist es wirklich ein cooles Item. Und ich hab... Kein Scheiß... gebaut. Aber ich... Mir fällt grad auf, das ist am anderen Auge. Ihr könnt mal den Run angucken mit Eve. Das ist hier am... von ihm aus an seinem linken Auge und Technology 2 ist am rechten Auge. Das würde bedeuten... Double Laser. Fick dich. Doch mal. Der ist so schwach. Der nervt. Alter. Ernsthaft. Nein. Ach, jawohl. Gut. Perfekt. Nicht wirklich, aber... Ich... Hol mir den Kompass. Der scheint mir praktisch zu sein in meinem weiteren Band. Oh, das... Natürlich, Samson lohnt sich wirklich in so einem Raum. Man sieht einfach, wie dick der Laser schon ist. Wie viel Schaden der macht. Richtig geil. Oh, der ist so fett. Oh mein Gott. Dies ist ja so cool. One-Hit-and-Fu-Sentry trotzdem. Nicht schade. Ah, wenn ich... Cancer. Krebs. Was will ich mit Krebs? Ähm... Jetzt verstehe ich das. Wenn ich getroffen werde, dann spawne ich eine Fliege. Jetzt weiß ich auch, was da wirklich in mir ist. Stopp. Ich habe Angst vor dem Raum. Wirklich. Ich habe wirklich Angst. Oh mein Gott. 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 Okay. Passt. 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 2, 3, 4, und 7, 5. Okay. Komm ich nicht ran. Rechts? Nein. Aber links. Du kannst mir mal helfen. Schieß nochmal nach oben. Hier bin ich. Hier bin ich. Komm schon. Okay. Kein Sequel-Raum. Die nehme ich. Okay. Ich habe eigentlich gar keine schlechte Pille. Oh. Wow. Äh, dein. Oh wow. Dann, dann. Oh. Schaue ich mal, ob ich denn noch einen Schlüssel finde. Für den... Oh, ich war im Itemraum auch noch nicht. Da schlafe ich ja ein. Oh fuck. Okay, passt. Zumindest sind die lahm. Wow. Eine Bombe. Oh je. Ist bestimmt nicht hier. Der ist bestimmt hier. Da. Das ist blöd. Der hasst. Der spawnt auch Viecher. Perfekt. Oh, du dumme... Wow, 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 wow. Da sind ja nochmal Fliegen. Drecksack. Range und Tears up. Das sieht so heftig aus. Oh. Oh je. Nein, würde mir eh nichts bringen. Würde mir nichts bringen. Okay, Itemraum zuerst. Na, ohne Schlüssel, Schlauchchen. Aber du kannst mir mal hier hinschießen. Okay, der schießt random. Oh, Glasherz. Komm, scheiß dicke Spinne. Nur ne Bombe, blöd. Ich möchte keine Bomben, ich brauche einen Schlüssel. Die Leber, zwei Herzen. Oh yeah.